Die Schlachter 2000. Der Name ist Programm. Teil 1. Einführung. Wichtige Informationen. In diesem Video möchte ich nochmal auf die unehrliche Übersetzung der Schlachter 2000 eingehen und warum es besser wäre, sich eine andere Übersetzung zur Hand zu nehmen. Hierzu erst eine kurze Einführung, bevor ich weitere Verse aufzeige, die vor allem bei der Schlachter 2000 verändert wurden. Ich möchte außerdem anmerken, dass es jedem selbst überlassen ist, wie er sich geistlich nähren möchte und was er mit den nachfolgenden Informationen macht. Aber, und da werde ich mich das ein oder andere Mal wiederholen, es ist ein Muss für jeden Nachfolger Jesu zu prüfen, eben ganz nach dem Vorbild der Berühr. Apostelgeschichte 17,11 sagt, diese waren edler gesinnt als die Juden in Thessalonike. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit an und forschten Tag für Tag in den Heiligen Schriften, ob dies alles sich so verhalte. Ja, jeder, der schon mal verschiedene Übersetzungen miteinander verglichen hat, wird feststellen, dass manche davon sehr unehrlich übersetzt sind. Vor allem, wenn es um den Sohn Gottes geht, wird an mancherlei Stelle entweder hinzugefügt, weggelassen oder sogar die Wortbedeutung komplett verändert. Warum? Nun, wenn alle Geheimnisse und all die Erkenntnis im Sohn Gottes sind, dann wundert es nicht, dass man versucht, durch korrupte Bibelübersetzungen die Wahrheit vor den Menschen zu verbergen. Wahrscheinlich geht es aber auch darum, das menschengemachte Dogma der Trinität zu stützen. Nun, wer oder was ist die Wurzel des Übels, die versucht, solches zu verhindern? Wer beschließt denn Änderungen in der Heiligen Schrift oder hat großen Einfluss hier in dieser Weltzeit? Beziehungsweise wer hat Entscheidungsmacht über die Gesamtheit des Kirchensystems? Der Vatikan. Ein Instrument, um Verwirrung zu stiften, hatte maßgeblich Einfluss darauf, was in den Kanon der Bibel bis zum heutigen Tage Eingang finden durfte und was nicht. Ja, und auch hier nochmal ein bisschen Bildmaterial, wo man sich selber nochmal Gedanken machen kann. Aber ganz ehrlich, würdet ihr wirklich solchen Menschen blind vertrauen? Menschen, die für ihre Irrlehren und Skandale sich noch anmaßen, Christen zu nennen? Diese Menschen agieren in okkulten Kreisen und verraten sich durch ihren Symbolismus. Die okkulte Verbindung der Freimaurer und der katholischen Kirche in Bezug auf die Trinität habe ich bereits in einem anderen Video etwas ausführlicher angesprochen. Der Link zum Video in der Infobox. Ja, und nachfolgender Auszug sollte dann vielleicht auch nochmal zum Nachdenken geben. Da geht es um die Gesamtheit der Bibelübersetzungen. Ich habe hier unten die Quelle angegeben, die ist dann auch wieder in der Infobox. Ich habe es vom Englischen ins Deutsche übersetzt und werde mal vorlesen. Leitlinien für die interkonfessionelle Zusammenarbeit bei der Übersetzung der Bibel. Die neue revidierte Ausgabe, Rom 1987. Zitat Das Dokument, das nun den Titel Leitlinien für die interkonfessionelle Zusammenarbeit bei der Übersetzung der Bibel trägt, bekräftigt den Geist und folgt den Grundsätzen, die in der erstmals 1968 veröffentlichten historischen Vereinbarung festgelegt wurden und spiegelt die Erfahrungen wider, die seither bei der Erstellung zahlreicher Bibelübersetzungen gesammelt wurden. Diese interkonfessionellen Bibelübersetzungsprojekte wurden größtenteils durch diese Guiding Principles ermöglicht. Aufgrund von Berichten der Benutzer wurden nun kleinere Änderungen in diese neue Ausgabe aufgenommen. So, ganz kurz, hier an dieser Stelle, jetzt kommt der wichtige Teil. Zitat Dies wird wiederum oft zum ersten Mal ein gemeinsames Zeugnis für das Wort Gottes in der Welt von heute ermöglichen. Hier auch nochmal ein interessantes Bild. Für die, die nicht Englisch können, vielleicht einfach mal einen Übersetzer. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, dass versucht wird, alle Religionen miteinander zu vereinen. Also Stichwort hier für die eine Welt Religion, die Glaubensrichtungen zusammenzuführen. Dazu gehört natürlich auch die Heilige Schrift, die ebenso in eine Richtung gelenkt werden soll. Meines Erachtens spielt die Schlacht der 2000 für diese Leute deswegen so eine große Rolle, weil sie durch diese unehrliche und trinitätsfreundliche Schreibweise versuchen, Menschen im Glauben zu verwirren. Aber hierzu später noch mehr Informationen. Lukas 21,8 sagt, er antwortete, gebt Acht, dass man euch nicht irreführt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist da. Lauft ihnen, lauft ihnen nicht nach. Ich wiederhole nochmals die Warnung aus Offenbarung 22,18-19, wo es heißt, Wisst ihr, ich hatte schon viele Gespräche mit Muslimen. Und oft wird die Unverfälschtheit des Korans hochgelobt und die in Anführungsstrichen Fehler an der Heiligen Schrift der Christenheit belächelt. Den Muslims stellte ich folgende Fragen. Die erste Frage war, glaubst du an den Satan bzw. den Widersacher? Die Antwort war ja. Zweite Frage, glaubst du, dass er Einfluss hier auf Erden üben darf, wenn es ihm gestattet ist? Die Antwort war ja. Und drittens, würde der Widersacher dann eher die Wahrheit oder die Lüge angreifen? Und die Antwort war die Lüge. Und ja, hier ist die Antwort darauf, warum in der Heiligen Schrift bestimmte Worte oder Sätze maßgeblich angegriffen bzw. hinzugefügt, herausgenommen oder Wortbedeutungen falsch übersetzt wurden. Der Koran ist unverändert. Und ja, eine Lüge bleibt eine Lüge. Die Heilige Schrift, die von Gott und seinem Sohn Jesus Christus spricht, ist und bleibt die Wahrheit. Aber es ist wichtig, selbstständig zu denken, zu hinterfragen und nicht jedes Menschenwort für bare Münze zu nehmen. Was ist mit den Apokryphen? Jahrhundertelang ein fester Bestandteil der Heiligen Schrift und ab dem 18. Jahrhundert nicht mehr glaubwürdig? Auf der anderen Seite der etwas sonderbare Textus Receptus, der erst gegen das 15. Jahrhundert Eingang gefunden hat, jedoch mit offenen Armen angenommen wird, ohne weiter zu hinterfragen? Ich denke, wenn man sich bewusst gemacht hat, wer der Herrscher dieser Weltzeit ist, wird klar, dass einfach alles hinterfragt werden muss. Denn viele Prediger erzählen nur das, was sie von den Obrigkeiten eingetrichtert bekommen haben. Nicht alle, aber wahrscheinlich sehr viele. Also hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Die Texttradition des Textus Receptus oder dieses Textus Receptus beginnt mit der ersten Druckausgabe des griechischen Neuen Testaments, die Erasmus von Rotterdam 1516 unter dem Titel Novum Instrumentum Omne vorliegt. Ja, also hier auch nochmal der Wikipedia-Eintrag vom Textus Receptus auch nochmal in der Infobox. Und man sieht hier auch nochmal, habe ich rauszitiert, von der Wikipedia-Seite Textus Receptus. Zitat, Ausnahmen sind die Schlachterbibel in der Version 2000, die Luther 21 Bibel vom La Bono Novella Verlag und Herbert Janssens Bibel in deutscher Fassung von 2022, die den Textus Receptus als Grundlage benutzen. Weiter heißt es in Römer 16,18 Denn solche Menschen dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauche und betören durch ihre schön klingenden Reden und glatten Worte die Herzen der Arglosen. Ja, aber nochmal zurück zum Thema. Übersetzungen wie zum Beispiel die Menge, Elberfeld-Einheitsübersetzung sind meines Erachtens ganz okay. Sie sind okay. Trotzdem sollte man weiterhin prüfen, wenn man sich bei der einen oder anderen Stelle unsicher ist. Hierzu zeige ich euch im Anschluss nochmal verschiedene Vorgehensweisen, um selbstständig zu prüfen. Alle anderen Übersetzungen, vor allem Sonderformen, die nur in manchen Denominationen gebraucht werden, sind ohnehin als fragwürdig einzuschätzen. Es gilt wachsam zu sein und alles zu prüfen. Es gibt leider viel zu viele Menschen, die sich auf die Lehrmeinung von anderen stützen und darauf ihr ganzes Vertrauen setzen, ohne zu prüfen. Und das ist töricht. 1. Petrus 5,8 sagt Nachfolgend eine Aussage von Dr. Rochalibi zum Textus Receptus. In einem Kommentar geht es um das Koma Johanneum, also 1. Johannes 5,7-8. Zitat Leider haben die Übersetzer der Schlachterbibel den Textus Receptus als Grundlage genommen, anstelle des Mehrheitstextes. Der Textus Receptus gehört zwar zum Mehrheitstext, ist aber eine Sonderform davon, die sich auf die wenigen Handschriften, die man in der Reformationszeit zur Verfügung hatte, abstützt. Dieses Zitat stammt von Rochalibi selbst, der an der Schlachter 2000 mitgewirkt hat und er bemängelt in diesem Kommentar auf seiner eigenen Homepage die eigene Übersetzung. Und das möchte ich euch ganz kurz mal zeigen. Ja, also hier könnt ihr sehen, das ist die Homepage vom Rochalibi. Und da war die Eingangsfrage, sind die Verse in 1. Johannes 5,7-8 ein Beweis für die Dreieinheit Gottes oder sagt diese Stelle etwas anderes aus? Hier ist die gesamte Antwort. Was ich jetzt rauszutiert habe, ist der Abschnitt hier. Leider haben die Übersetzer der Schlachterbibel den Textus Receptus als Grundlage genommen, anstelle des Mehrheitstextes. Ja, lest euch das gerne komplett durch. Ja, und hier unten sieht man auch nochmal Autor, Rochalibi, 5. August 18. Und ja, ist meines Erachtens schon ein bisschen, ja, fragwürdig einzuschätzen. Und hier auch nochmal, wer bei der Schlachter 2000 mitgewirkt hat. Hier die Gesichter. Ja, also hier Rochalibi, hier auch nochmal aufgeführt. Okay, also schon ein bisschen eine widersprüchliche Aussage, die der Dr. Rochalibi da getätigt hat. Aber da kann man sich auch wieder selbst nochmal seine Gedanken machen. Genau, soviel dazu. Und jetzt nochmal einen ganz kurzen Cut und zurück zur Präsentation. Genau, also Truth in Plain Sight, die Wahrheit liegt offen zu Tage. Wichtig, lasst euch nicht wie die Galate in die Irre führen. Je aktueller die Übersetzung, umso mehr Weltlichkeit und Übersetzungsfehler haben Einzug gefunden. Zum Beispiel die Hoffnung für alle, das Buch oder auch die Schlachter 2000. Aber es gibt sicherlich noch mehr Übersetzungen. Ich bin außerdem der Meinung, dass sich die korrupten Übersetzungen definitiv auch auf das geistliche Leben auswirken können. Das sieht man meines Erachtens ganz gut an den heutigen Gemeinden. Da wird schon lange so gepredigt, wie es in den Ohren kitzelt. Laut 2. Timotheus 4, 3. Letztendlich ist es deine Aufgabe zu prüfen und deine Entscheidung, mit welcher Übersetzung du dich geistlich nähern möchtest. Hier ob 34, 3 sagt, denn das Ohr prüft die Worte, wie der Gaumen die Speisen kostet. Und nun zu Teil 2, Verse genauer betrachtet. Ja, weiter geht es mit Teil 2, Verse genauer betrachtet. Wortveränderungen in der Schlachter 2000 mit Sinnveränderung bzw. Sinnzusammenhang. Vorab wichtige Infos. Einmal geht es um das Konzil von Nicer, 325 nach Christus. Da ging es um die Christologie, Gottheit Christi. Und im Konzil von Konstantinopel, 381 nach Christus, da ging es um die Dreifaltigkeit. Erstmals um die Gottheit des Heiligen Geistes. Das heißt, da wurde erst der Heilige Geist als Gott anerkannt in diese Dreifaltigkeit. Spannend. Also diese Konzil auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Da werden wir auch noch ein paar Mal darauf zu sprechen kommen. Und ja, fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Vers. Johannes 1, 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also die unterstrichenen Worte, die werden wir uns dann immer ein bisschen genauer angucken. Genau. Dann wechsle ich mal ganz kurz rüber. Ich werde nochmal ganz kurz die Webseiten erklären, mit denen man auch ganz gut selber prüfen kann. Das ist einmal Center for New Testament Restoration. Die Links sind alle in der Infobox. Und ich erkläre es mal nochmal ganz kurz, wie das alles funktioniert und abläuft. Wir haben hier die Bücher vom Neuen Testament. Alles in Englisch. Falls es mit Englisch Komplikationen geben sollte. Guter Übersetzer ist der Diebel Übersetzer. Da dann einfach Englisch eingeben. Deutsch bekommt man dann raus. Und genau. Also hier einmal die Bücherauswahl. Kapitelauswahl. Verseauswahl. Hier kann man dann auch einfach vor und zurück machen. Verschiedene Verse. Und genau. Schauen wir uns jetzt einfach mal Johannes 1, 18 genauer an. Ich werde dann auch nochmal ganz kurz auf die Markierungen zu sprechen kommen. Die erkläre ich jetzt auch nochmal. Wichtig ist jetzt erstmal grün und blau. Blau sind Wortveränderungen. Und grün sind meistens Hinzufügungen oder wenn etwas herausgenommen worden ist. Wie man es hier auch gut sehen kann. Genau. Also Johannes 1, 18. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Erstmal vielleicht nochmal zum Bibelserver. Der auch wunderbar ist. Um Bibelübersetzungen zu vergleichen. Ich habe jetzt hier mal aufgemacht. Die Menge. Elberfeld Einheitsübersetzung. Und die Schlachter 2000. Wie wir uns nochmal genauer anschauen. Man kann noch mehr Bibeln hinzufügen oder herausnehmen. Das kann man dann mit dem Haken einfach nochmal übernehmen. Bestätigen. Oder wenn man welche raus haben will. Einfach den Haken raus machen. Auch sehr spannend. Ich mache gleich mal 1. Johannes 1, 18 rein. Den schauen wir uns ja gleich nochmal genauer an. Und dann haben wir noch Bibelhub. Auch nochmal sehr, sehr spannende Website. Die ist dann auch noch verknüpft hier. Das ist ganz toll. Mit Center for New Testament Restoration. Das heißt, hier haben wir so diese Interlinearübersetzung. Und wenn man auf diese Strongwords draufklickt. Dann wird man weitergeleitet zu Bibelhub. Und dann kann man sich das nochmal genauer anschauen. Die Definition. Für was wird es verwendet. Und falls ihr da Probleme habt mit dem Englisch. Ich mache das auch sehr, sehr oft. Eigentlich fast immer. Kopiere mir das mit STRG C. Und füge das hier ein mit STRG V. Und dann habe ich hier die Übersetzung vom Englischen Beispielsweiten. Okay. Also. Schauen wir uns mal Johannes 1, 18 genauer an. Da heißt es. Ich lese vor aus der Menge. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der an des Vaters Brust liegt. Der hat Kunde von ihm gebracht. Okay. Und die Schlachter sagt. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene oder einzig geborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Der hat Aufschluss über ihn gegeben. So. Was ist das Problem? Jetzt schauen wir uns erstmal hier die älteren Manuskripte an. Und dann gehen wir auf die neueren ein. Genau. Ich habe die älteren Texte. Und da ist es jetzt wieder ganz wichtig, die Konzile einfach mal im Hinterkopf zu behalten. Also wir sehen hier von 125 bis 174 hieß es Theos. Also Gott. Von 175 bis 199 hieß es Gott. Hier auch nur noch Gott. Und dann irgendwann, irgendwann 375 bis 499. Wir wissen 381 war das Konzil von Konstantinopel. Hat man dann einfach mal gesagt, macht man Gott zu Sohn. Und dasselbe dann auch nochmal hier. Wurde Gott zu Sohn gemacht. Und kann man sich Gedanken machen, warum wurde das Wort Gott zu Sohn gemacht? Was eine Wortveränderung ist. Tatsächlich. Weil es vielleicht besser in das, ja vielleicht besser ins Trinitätsdogma passt. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Da würde vielleicht nicht so reinpassen, wenn es Gott heißen würde. Und hier nochmal ganz wichtig, diese Dreierkonstellation. Da ist es dann meistens auch in der Schlacht damit drin. Hat auch mit Sohn übersetzt. Hier überall Theos. Hier Sohn. Und spannenderweise haben die meisten Bibelübersetzungen mit Sohn übersetzt. Die Elberfelder hat wenigstens eine Fußzeile, wo es heißt, andere Handschriften der eingeborene Gott, was auch richtig ist. Die Einheitsübersetzung war auch richtig, in Anführungsstrichen. Aber ich finde da den Aufbau ein bisschen, ja, hätte man vielleicht anders formulieren können. Und die Schlachter 2000 hat auch mit Sohn übersetzt. Also wir sehen hier schon mal den ersten, meines Erachtens schwerwiegenden Fehler. Weil hier erkennt man, dass der Sohn Gottes seinen Anfang beim Vater genommen hat. Ja, dass er von der gleichen Art ist wie Gott. Und die Only Begatten der Monogenes, da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht, der Einzige, der Allereinzigste, der Unique, der Einzigartige. Okay. Sehr interessant. Wir gehen mal kurz zu dem Manuskript wieder zurück. Und da habe ich nochmal ein kurzes Video aufgenommen. Ja, und das Video schauen wir uns mal ganz kurz an. Ja, nochmal vielleicht ein ganz wichtiges, kurzes Video zu Johannes 1,18. Hier haben wir das Neu-Testament, Interlinear-Übersetzung, Griechisch-Deutsch. Da schauen wir uns doch einfach mal ganz kurz den Johannes 1,18 an, wo es heißt, Gott, niemand, hat gesehen jemals. Der Einziggeborene, Theos, Gott, Der Seinde im Schoß des Vaters, der hat Kunde gebracht. Oder der an der Brust des Vaters ruht. Hier sieht man ganz gut, hier wurde das Wort Theos benutzt. Gott. Zwar bezieht sich das auf den Sohn, aber hier steht Gott. Was auch nochmal untermauert, dass Gott einen Sohn gezeugt hat. Auch nochmal gut zu sehen im Hebräerbrief im Vers 9. Geliebt hast du Gerechtigkeit und gehasst hast du Gesetzlosigkeit. Deswegen hat Gesalb dich, o Gott, dein Gott mit wilder Freude statt deine Genossen. Ja, sehr interessant. Also auch nochmal zusammengefasst. Ja, in den meisten Übersetzungen wurde von Gott auf Sohn übersetzt. Die Elbefelder hat da eine Fußnote mit Gott hinzugefügt. Das ist gut. Und ich finde, solche Übersetzungen sollte man sich auch holen, wo verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Und das ist einfach auch bei der Menge Bibel der Fall. Deswegen kann ich die persönlich empfehlen. Aber es liegt natürlich bei jedem selber. Elbefelder ist, wie gesagt, auch nicht verkehrt. Meines Erachtens mit einer der größten Übersetzungsfehler überhaupt. Johannes 1,18 ist halt irgendwo für mich persönlich auch ein Augenöffner gewesen. Einfach weil Jesus von Gott gezeugt wurde. Also das Wort war beim Vater, bevor es im Fleisch gekommen ist. Also Jesus, beziehungsweise das Wort hat einen richtigen Anfang genommen und kann somit auch nicht mehr von Ewigkeit sein. Ja, dieses Thema mit der ewigen Sohnschaft, er macht überhaupt keinen Sinn, weil an vielerlei Stellen, Kolosse 1,15 bis 18 oder Offenbarung 3,14, müsste 3,14 oder 12 gewesen sein. Ich glaube, 3,14 war es. Steht ja da selber oder beziehungsweise sagt der Herr Jesus Christus selber, dass er der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Oder Psalm 2,7 zum Beispiel auch interessant. Genau. Dann weiter geht es mit Johannes 6,69, Wortveränderung und Hinzufügung. Schauen wir uns auch mal an. Johannes 6,69, also hier wieder Kapitel und Vers. Und wir schauen uns diese beiden Sachen hier an. Einmal eine Wortveränderung, das Blaue und eine Hinzufügung, das Grüne. Johannes 6,69 und für die Leute, wo es ein bisschen zu langsam geht, einfach das Video auf erhöhte Geschwindigkeit machen. Dann geht es ein bisschen schneller voran. Genau. Also, da heißt es, und wir haben Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass du der heilige Gottes bist. Der heilige Gottes. Und die Schlachter sagt, der Sohn des lebendigen Gottes. Der heilige Gottes, sagt die Elberfelder. Ich werde mal die Schlachter noch mal ganz kurz auf die rechte Seite machen. Kleinen Moment. Dann ist es ein bisschen übersichtlicher, um welche Schrift es gehen soll. Genau. Also, es geht um Heilige, Heilige, Heilige. Und da wurde es mit Sohn übersetzt, was wir hier auch sehen können. Und hier ist es sehr interessant, warum. Weil selbst in den älteren Manuskripten, also selbst zur Konzilzeit, ist es gleich geblieben. Da hieß es Heilige. Der heilige Gottes. Und wer ist den Sonderweg, oder wer hat den Sonderweg eingeschlagen? Ja, unter anderem die Schlachter 2000 mit der Übersetzung auf Sohn. Warum auf Sohn? Kann man sich Gedanken machen, wird vielleicht wieder in die Richtung Vater, Sohn, Heiliger Geist reinspielen, also dass vielleicht das Dreifeiligkeitsdogma da irgendwo noch mal gestützt werden soll. Kann jeder sich selber die Gedanken machen. Und es geht noch mal um Living. Also, lebendigen Gottes. Das heißt, Heilige Gottes, Heilige Gottes. Also steht nichts von lebendigen Gottes. Das ist also auch hier eine Hinzufügung. Dann geht es weiter mit 1. Timotheus 3,16 und es ist auch wieder eine Wortveränderung. Und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Ist auch in der Infobox. Da habe ich den 1. Timotheus 3,16 noch mal ein bisschen genauer in Anführungsstichen durchleuchtet. Also, wen es interessiert, einfach noch mal angucken. 1. Timotheus 3,16. 1. Timothy 3,16. Und das ist auch wieder sehr, sehr interessant. Also, wir haben hier die älteren Schriften, 200 bis 299. Also, die habe ich da hier im Fokus. Da heißt es Gott. Aber wir wollen den erst mal vorlesen. 1. Timotheus 3,16. Da heißt es, Und etwas unbestreitbar Großes ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er, der geoffenbart ist im Fleisch, als gerechter Wiesen im Geist, erschienen den Sendboten, verkündigt unter den Völkern, gläubig, angenommen in der Welt, emporgehoben in die Herrlichkeit. Er, er, der, Gott. Ja, finde den Fehler. Das ist ganz spannend. Ich habe ja hier auch einen Screenshot raus, also eingefügt hier in das Dokument. Und das sieht man hier auch. Er, 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 Christus, Gott. Also, man sieht, wer hier einen Sonderweg eingeschlagen hat, es ist die Schlachter 2000. Und wir sehen hier auch, dass erstmalig hier auf Gott verändert worden ist. Wo oder wann? Konstantinopel. Ja, also, auch nochmal ganz, ganz interessant. Ja, es sieht ähnlich aus. Ja, also ich habe das nochmal, ich habe das nochmal in dem Video nochmal genauer durchleuchtet, aber seht ihr den Unterschied? Das ist ein Er oder beziehungsweise Der, also ein Who. Okay? Und wenn man dann einen Strich drüber macht und einen Strich durch dieses O zieht, dann heißt es auf einmal Gott. Also, man sieht, was man davor gehabt hat. Okay? Interessant. Also, das kann man meines Erachtens nicht leugnen, weil es ähnlich aussieht. Ja, also nochmal genauer angucken. Und wer hat es natürlich übernommen? Ich will nicht natürlich sagen, aber ja, die Schlachter. Schlachter, hier auch wieder diese Dreikonstellation, hat mit Gott übersetzt. Das heißt, er beziehungsweise der, aber hier wurde mit Gott übersetzt. Und es war erstmalig anscheinend dann auch wieder zu Zeiten der Konzile. Da ging es ja dann auch um die Dreifaltigkeit. Also, ja, kann man sich auch wieder Gedanken machen. Also, ich habe, wie gesagt, ein Video schon drüber gemacht. Wen es interessiert, kann reingucken. Am besten selber prüfen. Genau. Grundsätzlich lässt sich die Übersetzungsvariante der Schlachter 2000 zu 1. Timotheus 3,16 mit folgenden Versen entkräften. Hier bitte selber prüfen. Das kommt hier nicht rein. Dass Jesus der Sohn Gottes der im Fleisch geoffene Bate ist und nicht Gott selbst. Jesus ist der, der im Fleisch geoffenbart worden ist. Sieht man anhand dieser Verse. Ich zeige euch mal ein. 1. Johannes 4,2 entkräftet eigentlich sofort diesen Vers. Ich mache das mal nochmal auf. Kleinen Moment. Ich habe es nochmal aufgemacht. Und 1. Johannes 4,2 Da hat man eigentlich schon die Antwort drauf, aber gibt es noch diese zwei anderen Verse. Also, hier geht es ja darum, der geoffenbart ist im Fleisch. Also, wenn die Schlachter 2000 sagt, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, muss man sich fragen, wer ist denn offenbart worden im Fleisch? Das Wort wurde Fleisch. Und in 1. Johannes 4,2 hat man eigentlich schon die Antwort. Jeder Geist, der Jesus Christus bekennt, als im Fleisch gekommen ist aus Gott. Im Fleisch. Sagt sogar die Schlachter. Im Fleisch. Okay. Also, Jesus. Er ist geoffenbart worden im Fleisch. Mit er ist gemeint Christus. Jesus Christus. Der Sohn Gott. Und die anderen Verse könnt ihr euch dann eigentlich auch nochmal selber anschauen. Genau. Die sind da. Es ist in Petrus 4,1 Es ist Johannes 4,2 Und 2. Johannes 1,7 Gut. Weiter geht es mit Kolosser 2,2 Ist rot markiert. Ist mir tatsächlich auch erst jetzt aufgefallen. Ja, also ich habe ja in dem letzten Video auch mal den Kolosserbrief angesprochen. Aber das ist für mich schon eine kritische Hinzufügung. Schauen wir uns mal genauer an. Kolosser 2,2 Vor allem der Kolosserbrief. Sehr interessant. Also hier haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was blau und ein bisschen was grün. Es geht aber hauptsächlich um diese grüne Passage hier. Ja, also wir haben jetzt hier wieder die obere. Also die ist im Fokus. Dieses ältere Manuskript. Und dann fängt es ja dann schon wieder an mit 3,25 Also so in die Zehrzeit. Und da geht es um dieses And, Father, And. Und das ist hier oben in alten Manuskripten überhaupt nicht zu finden. Also kann man sich Gedanken machen. Schauen wir uns mal Kolosser 2,2 an. Kolosser 2,2 Und da heißt es In der Schlachter Damit ihre Herzen ermutigt werden in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters Und des Christus So, jetzt ist die Frage Wer ist das Geheimnis? Oder auf wen bezieht sich das Geheimnis? Weil hier lesen wir Machen wir mal schnell Elberfelder Ein bisschen kürzer Damit ihre Herzen getröstet werden vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Das ist Christus Das Geheimnis Gottes ist Christus Also es ist kein Geheimnis was sich beide teilen sondern das Geheimnis ist Christus Okay Also And Father And So Das ist jetzt Ja, das ist eine Hinzufügung Ne Das sind dann nochmal Wortveränderungen Also kann man sich dann auch nochmal genauer anschauen Ich denke jetzt dass sie nicht so signifikant sind wie hier So Aber was ist jetzt hier der Fall? Schwerwiegendes Eingreifen durch die Hinzufügung des Vaters und Ja, also ich habe jetzt hier nochmal die Elberfelder zitiert Es ist nicht das Geheimnis welches sich der Vater und Christus zusammenteilen wie es also die Schlachter weismachen möchte sondern Christus selbst ist jenes Geheimnis das im Vater verborgen war Epheser 3,9 Bevor es sich im Fleisch offenbart hat Ja, das haben wir ja gerade auch gehabt Im Fleisch Jesus kam im Fleisch Das Wort wurde Fleisch Ja, und er selbst ist das Geheimnis Es teilen sich nicht beide das Geheimnis Er ist das Geheimnis Hier wird meiner Meinung nach erneut versucht die himmlischen Anfänge Jesu zu verwischen Indem Christus nicht als das Geheimnis selbst dargestellt wird Nein, sondern dass er lediglich mit Gott dem Vater dieses Geheimnis teilt Und er ist das Geheimnis Er selbst ist das Geheimnis Und das ist ganz wichtig Und wir werden jetzt im Laufe der nächsten Verse merken dass es dann immer irgendwie dass immer oder sehr oft diese Stellen mit Jesus verändert werden Also dass es da Wortveränderungen gibt wenn es um das Geheimnis geht Aber wir schauen mal weiter in Kolosser Kolosser 4,3 Kolosser 4,4,3 Kolosser 4,3 wo es heißt Er betet auch für uns damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort und wir vom Geheimnis Christi sprechen können um dessen Willen ich im Gefängnis bin So und die Schlachter sagt betet zugleich auch für uns damit Gott uns eine Tür öffnet für das Wort um das Geheimnis des Christus auszusprechen um dessen Willen ich auch gefesselt bin So Jetzt schauen wir uns das hier nochmal genauer an Also hier haben wir was Interessantes Konzil Da haben wir einmal Gott und da haben wir einmal Messias So Hier habe ich hingeschrieben Man beachtet dass man gegen 325 nach Christus versucht hat das Geheimnis Christi zum Geheimnis Gottes zu machen Also hier geht es dann auch wieder um das Geheimnis Ja und da hat man einen Versuch gemacht Es wurde nicht durchgesetzt Aber hier wurde der Versuch gemacht 325 bis 349 Dass man einfach mal gesagt hat Okay Machen wir mal Christus zu Gott Also man sieht immer diesen Wechsel Entweder man versucht Gott zu Christus zu machen oder Christus zu Gott irgendwie Ja Vorsichtig sein Also auf jeden Fall prüfen Weil es doch schon sehr fragwürdig ist Also hier auch nochmal Wieso sollte man so etwas tun wenn es keine Absicht verfolgen würde Macht euch selbst darüber Gedanken Dann machen wir weiter mit 1. Korinther 2.1 Also auch eine Wortveränderung 1. Korinther 2.1 Ja Es geht wieder um das Geheimnis Okay Also hier auch nochmal meines Erachtens ein schwerwiegender Eingriff Okay Hier geht es um Mysteri Mysterion müsste das Wort sein Genau Also wenn man im Bible habt ihr nochmal nachgucken möchte Mysterion Also ein Geheimnis Und da sehen wir in den Elternmanuskripten Geheimnis Hier wurde es dann erstmalig geändert 3.25 bis 3.49 Konzil von Izea Im Hinterkopf behalten Da wurde zu Testimony umgeändert Also auf Zeugnis müsste das sein Wir schauen uns das nochmal genauer an 1. Korinther 2.1 1. Korinther 2.1 Ups 2.1 So Schlachter 2000 sagt So bin ich So bin auch ich meine Brüder als ich zu euch kam nicht gekommen um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen Also hier wurde mit Zeugnis abgeändert Geheimnis Geheimnis Auch die Menge hat hier mit Zeugnis übersetzt was demnach nicht richtig ist Wir sehen hier wurde es das erste Mal auf Zeugnis geändert Hier wurde dann auch nochmal auf Zeugnis und hier haben wir wieder diese Dreierkonstellation wo das Geheimnis zu Zeugnis geändert worden ist Ja und sehr sehr oft nicht immer aber sehr oft wenn es um das Geheimnis geht bezieht sich das Geheimnis auf den Sohn Gottes Das Geheimnis das beim Vater war und sich offenbart hat Ja also 1. Korinther 2.1 Erstes Eingreifen zu Zeugnis anstelle von Geheimnis Übernahme Geheimnis zu Zeugnis und ja aufmerksam man sollte aufmerksam werden warum die Sache mit dem Sohn Gottes so wichtig ist also vor allem wenn es um das Geheimnis geht Gut dann machen wir weiter mit 1. Johannes 4.3 Hinzufügung mit Wortveränderung 1. Johannes 4.3 1. Johannes 4.3 Also hier geht es dann um diese Stelle hier da wurde auch mal Herr und Christus irgendwas mal gemacht aber hier geht es um eine Hinzufügung einem blauen Teil schauen wir uns mal genauer an die Schlachter sagt und jeder Geist der nicht bekennt dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist der ist nicht aus Gott und das ist der Geist des Antichristen von dem ihr gehört habt dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt und jeder Geist der Jesus nicht so bekennt ist nicht aus Gott das ist vielmehr der Geist des Widerchrists von dessen kommen ihr gehört habt und der jetzt schon in der Welt ist also hier steht im Fleisch das war ja die Stelle die markiert des Christus im Fleisch gekommen ist das ist quasi hier Christ in the flesh having come anscheinend auch eine Hinzufügung ja auch wieder hier diese Dreierkonstellation und die ist wieder wo zu finden in der Schlachter 2000 genau dann kommen wir zum zur Offenbarung 14.1 auch nochmal sehr sehr wichtige Stelle meines Erachtens Offenbarung 14.1 da wurde nämlich was weggenommen da wurde etwas weggenommen ich möchte vorlesen und ich und ich sah und siehe das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000 die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben so den Namen des Vaters aber wo ist der Name wo ist der Name des Lammes seines Namens und den Namen des Vaters geschrieben also da geht es um zwei Namen schauen wir uns das mal genauer an Offenbarung 14.1 und hier und hier sehen wir und das soll es hier gehen dieses Stückchen hier da wurde was weggenommen und es geht um the name of him es geht um seinen Namen und ich sah und siehe das Lamm stand auf dem Berg Zion und bei ihm waren 144.000 auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen und den Namen seines Vaters und hier in der Schlacht da geht es halt bloß um den Namen des Vaters ja also auch wieder meines Erachtens eine schwerwiegende ein schwerwiegender Eingriff in die Schrift kann man hier auch nochmal prüfen da haben wir auch wieder die älteren Manuskripte und da ist es drin ja wo ist der Name des Lammes und zuletzt noch das Komma Johanneum ich habe es ja kurz schon nochmal angesprochen gehabt bei dem Kommentar von Dr. Rochalibi auf seiner Webseite 1. Johannes 5, 7 bis 8 da heißt es im Himmel der Vater das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins und drei sind es die Zeugnis ablegen auf der Erde das ist ganz klar ja geht in die Richtung Untermauerung der Dreieinigkeit der Dreifaltigkeit der Trinität schauen wir uns auch nochmal genauer an 1. Johannes 5, 7 bis 8 das ist ja um die Trinität zu stützen wir sehen hier da findet man nichts es ist eine Hinzufügung und hier wird es nochmal eindeutiger wenn man es hier mal sieht 1. Johannes 5, 7 bis 8 ja da fehlt was auf alle Fälle und deswegen prüft alles das Gute behaltet also nochmal das ist so jetzt erstmal der Abschluss vom ersten Teil Kolosser 2, 3 sagt dieses Geheimnis ist Christus in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen All diese Eingriffe sind meiner Meinung nach schon sehr auffällig sobald es um das Geheimnis den Sohn Gottes geht werden wichtige Worte verändert die aber nie so in den älteren Abschriften vorlagen hier sind vor allem die Wortveränderungen stark zu beobachten natürlich auch Hinzufügungen aber vor allem die Wortveränderungen denn wenn man erkannte dass Jesus seinen Anfang bei Gott unserem Vater im Himmel genommen hat also als das Wort Gottes zerfällt das Konstrukt der Trinität und vom Unitarismus da Jesus nicht von Ewigkeit ist sondern es zeigt auf dass Jesus also das Wort Gottes einen himmlischen Ursprung hat beziehungsweise hatte also man kann sich die Frage stellen hat Jesus einen Anfang genommen beim Vater wenn man das bejahen kann zerfällt eigentlich die Trinitätslehre weil da ist ja Jesus auch von Ewigkeit und es zerfällt der Unitarismus der ja nicht an eine Existenz des Sohnes beim Vater glaubt in anderen Kreisen Präexistenz aber ich sag eher dass Jesus einen Anfang genommen hat beim Vater gut jetzt kommen wir zu einer etwas längeren Liste mit weiteren Versen was meine ich mit längeren Liste das meine ich mit längerer Liste ja Johannes Evangelium und viele Paulus Briefe ja bloß dass ihr mal einen Einblick bekommt ich werde nicht alle ansprechen keine Sorge das würde ein bisschen zu lang dauern aber es sind viele Verse da die ihr selber prüfen könnt ja und sogar aufgerufen seid gut fangen wir an Apostelgeschichte so auch hier möchte ich nochmal anmerken ich finde es wunderbar wenn man mit Geschwistern ja in der Richtung gleichgesinnt ist und ja auf Wahrheitssuche geht das habe jetzt nicht ich rausgearbeitet aber ich bedanke ich bedanke mich nochmal an der Stelle ganz herzlich für die Zusendung ich habe es natürlich auch nochmal geprüft gut Apostelgeschichte 2 30 2 30 haben wir hier eine Hinzufügung hier ist es auch nochmal schön weil es einfach zusammen kopiert ist also ganz toll da muss man nicht extra nochmal hin und her switchen also wechseln wir lesen hier oder sehen hier grün ja also eine Hinzufügung dem Fleische nach den Christus erwecken werde das sagt die Schlachter und das finden wir in Menge und Einerzübersetzung nicht ich mache es auch ein bisschen schneller aber ihr könnt ja auch Stopp machen falls es zu schnell geht hier auch nochmal da geht es um seine Seele the soul of him findet man nur in der Schlachter Apostelgeschichte 3 22 hat zu den Vätern gesagt said to the farthest said ja auch hier das Rosane ist auch ja ist mal auch als Hinzufügung steht auch nicht in den älteren Manuskripten drin beziehungsweise hier haben wir nur 325 bis 360 aber da ist auf jeden Fall nicht zu finden kann man auch hinterfragen von Israel also Schlachter und die Ältesten von Israel ist auch entscheidend wieder eine Hinzufügung Apostelgeschichte 4 8 Heiligen Geistes Holy Heiligen also da geht es nur um Geistes und ja hier meines Erachtens ganz ganz schlimm also erstmal die Länge davon und man findet es nur in der Schlachter 2000 also das fand ich ganz schlimm vor allem weil wir hier auch wieder die älteren Manuskripte haben und das ist wieder nur eine Hinzufügung in der Schlachter und das ist ja ein ganzer Absatz da heißt es da sprach er mit Zittern und Schrecken Herr was willst du dass ich tun soll und der Herr antwortete ihm ja steht nicht in der Menge steht nicht in der Einheitsübersetzung wird wahrscheinlich nirgendwo zu finden sein außer womöglich in der Schlachter 2000 Apostelgeschichte 9 18 augenblicklich immediately ist hinzugefügt hier wieder eine Hinzufügung von ein paar mehr Wörtern der wird dir sagen was du tun sollst also auch wieder nur ja Schlachter wahrscheinlich oder also zumindest sehen wir in den älteren Manuskripten da nicht diese diesen Satz oder diese Wörter kann man sich Gedanken machen hier auch wieder ein längerer Satz die von Cornelius zu ihm gesandt worden waren Schlachter 2000 Apostelgeschichte 10 21 also auch wieder hier ältere Manuskripte Textzeugen ja nicht zu finden nur in der Schlachter na und gerne auch nochmal selber prüfen oder prüft nochmal selber okay glaubt nicht mir sondern prüft selbst nochmal genau fastete ich bis zu dieser Stunde auch eine Hinzufügung ich mach's jetzt ein bisschen schneller Jesus Christus Christus Hinzufügung Apostelgeschichte 15 11 Apostelgeschichte 15 18 Hinzufügung Gott sind all seine Werke von Ewigkeit er bekannt man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten Apostelgeschichte 15 24 Hinzufügung Christus Apostelgeschichte 16 31 Blut Blood Apostelgeschichte 17 26 Apostelgeschichte 18 17 Griechen The Greeks Apostelgeschichte 18 20 With Them Bei ihnen Zufügung Apostelgeschichte 20 19 Many Vielen hier auch wieder zugefügt dann auch wieder Apostelgeschichte 21 8 findet man auch wieder anscheinend in der Schlachter überwiegend in der Schlachter man kann ja schauen wo es noch zu finden ist aber es ist meistens eben die Schlachter die wir Paulus begleiteten auf jeden Fall auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen hinzufügung hier auch nochmal Apostelgeschichte 24 6 auch wieder ja längeres längerer Satz beziehungsweise mehrere Wörter aneinandergereiht und wollten ihn nach unserem Gesetz richten Apostelgeschichte 24 6 Apostelgeschichte 24 7 auch nochmal ganz ganz viel also was da hinzugefügt wurde also hier überall nichts zu finden aber Lysias der Befehlshaber kam dazu und entriss ihn mit großer Gewalt unseren Händen ja ihr seht alles leer Blanko Apostelgeschichte 24 26 damit er ihn freiließe freiließe Apostelgeschichte 25 7 against Paul gegen Paulus Apostelgeschichte 26 30 und als er dies gesagt hatte and these things having said of him auch wieder hier ja das war es mit der Apostelgeschichte nochmal zurück zum Manuskript ja und auch nochmal hier der Hinweis es geht nicht um Kleinigkeiten es geht um Menschenworte die vermischt worden sind mit Worten Gottes sicher wurden die Schriften nicht komplett verändert und das wäre auch viel zu offensichtlich aber eben deshalb sollte man nachprüfen wenn man sich nicht sicher ist deswegen immer prüfen und das Gute behalten das ist ganz wichtig auch alles was ich sage prüfen und das Gute behalten ganz wichtig gut jetzt geht es weiter mit den Evangelien gelb markierte Verse die werde ich nochmal genauer aufzeigen alle anderen Verse bitte selbst prüfen also hier wenn es gelb markiert ist da werde ich jetzt drauf eingehen alle anderen Verse sieht man dahinter ob es eine Hinzufügung ist ob es weggenommen wurde oder eine Wortveränderung ist genau fangen wir an mit Johannes 1,27 Hinzufügung von zweierlei Sachen Johannes 1,27 Johannes 1,18 haben wir ja schon ausführlich besprochen genau hier also da haben wir ganz viele ältere Textzeugen das ist ganz schön bis hierhin ja und das findet sich hier nicht und das findet sich hier nicht also hier geht es um das he is the one and who before me has become das geht quasi um dieser ist's und der von mir gewesen ist Johannes 3,13 Hinzufügung der im Himmel ist ach das wollte ich ja eigentlich ja noch hier zeigen Johannes 1,27 Johannes 1,27 Schlachter ähm genau dieser ist's findet man hier nirgends und ähm der von mir gewesen ist es ging um Moment der vor mir gewesen ist genau der Nachmittag der vor mir gewesen ist okay und das findet man auch nicht genau dann Johannes 3,13 machen wir gleich mal hier weiter Johannes 3,13 Johannes 3,13 da geht's man kann's sehen es geht um diesen ähm letzten Abschnitt being in heaven da haben wir auch ältere ja aber man sieht's auch hier immer ne dann hat man dann immer ein bisschen versucht ne hier die Versuche 3,75 wieso macht man sowas man muss man muss sich halt die Gedanken machen ja also der im Himmel ist ist anscheinend eine Hinzufügung ne hier hat man's in der Elberfelde andere Handschriften fügen hinzu der im Himmel ist ja gut aber wieso fügt man da hinzu hm genau also wie gesagt die anderen Pferde gerne nochmal selber prüfen dann habe ich den Johannes 6,11 Johannes 6,11 noch markiert den zeige ich noch to the disciples and the disciples also den Jüngern aus die Jünger aber denen die sich gesetzt hatten Johannes 6,11 Johannes 6,11 Schlachter sagt und Jesus nahm die Brote sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus die Jünger aber denen die sich gesetzt hatten ebenso auch von den Fischen so viele sie wollten Jesus nahm so dann die Brote sprach den Lobpreis Gottes und ließ sie unter die Leute austeilen die sich gelagert hatten ebenso auch von den Fischen so viele sie begehrten also wir lesen hier nichts von den Jüngern genau also wie gesagt die rot unterstrichenen Sachen sind eben die von der Schlachter Johannes 6,69 haben wir schon angesprochen genau und einfach auf Stopp machen zwischen dem Video ich mache ein bisschen langsamer selber nochmal selber nochmal prüfen dann geht es in den Römerbrief genau also auch hier nochmal ich habe ja zum Römerbrief und zum Johannesevangelium auch schon ein Video gemacht deswegen ja da sind die dann nochmal einzeln alle besprochen sind natürlich nicht alle Sachen also sind jetzt die Sachen die was ich jetzt gefunden habe gibt es noch andere Sachen andere Dinge Römer 8,1 Römer 8,1 Römer 8,1 sagt so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die welche in Christus Jesus sind die nicht gemäß dem Fleisch wandeln sondern gemäß dem Geist Römer 8,1 8,1 ja also hier diesen Textblock da hat man dann auch irgendwie versucht bis not according to flash walking und dann das hat man irgendwie weggelassen also ja komisch Römer 8,1 die nicht gemäß dem Fleisch wandeln sondern gemäß dem Geist ja hier nicht zu finden hier nicht zu finden hier nicht zu finden Interfunktionsfehler genau da habe ich auch nochmal ein eigenes Video zu Römer 9,5 gemacht weil der sehr oft auch genommen wird um irgendwie eine Trinität da drin zu sehen Römer 9,5 sieht ziemlich ja sauber aus ist es auch also ganz gut so aber wir schauen uns ihn trotzdem mal ganz kurz an nochmal der Verweis auch nochmal in der Infobox zu finden was ist hier also hier lesen wir uns erstmal die Schlachter durch ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus haben wir es dem Fleisch nach der Christus der über alles hochgelobter Gott in Ewigkeit Amen also hier wird gesagt ja hier steht doch Jesus Gott nein ist nicht so damals gab es keine Interfunktionsregeln das heißt kein Punkt kein Komma und wenn man das Punkt und das Komma anders setzt dann kann sich das auch so anhören weil der Lobpreis ohnehin meistens oder eigentlich meistens immer an den Vater geht hier heißt es zum Beispiel ihnen gehören die Väter und ihnen entstammt der Christus nach dem Fleisch nach Punkt Gott der über allem ist er sei gepriesen in Ewigkeit also nur nochmal um das vielleicht nochmal kurz aufzulösen ich habe wie gesagt ein eigenes Video dazu gemacht kann man sich dann auch nochmal anschauen wen es interessiert und wer Wahrheit suchen ist genau also auch nochmal Stopp machen falls es hier Fragen gibt Römer 11,6 schauen wir uns dann nochmal an Römer 11,6 Römer 11,6 ist eine Hinzufügung ich schaue nochmal ganz kurz was ganz langer Satz wenn er aber um der Werke will so ist es nicht mehr Gnade sonst ist das Werk nicht mehr Werk also hier sieht man es auch nochmal ganz eindeutig ich denke da muss ich jetzt inzwischen gar nichts mehr dazu sagen da hat man dann mal 3,25 das zu Gnade gemacht anstelle von Werk also gut kann man sich Gedanken machen also man sieht es ja auch hier das kann man mal schön vergleichen kürzer, kürzer, kürzer lang Hinzufügung Römer 14,6 auch nochmal Hinzufügung da geht es um auch einen längeren Satz und wer nicht auf den Tag achtet der achtet nicht darauf für den Herrn und wer nicht auf den Tag achtet der achtet nicht auf den Herrn also dieses Textblock der findet sich zumindest nur in der Schlachter gerade eben genau kann man nochmal vergleichen Elberfelder Menge und Einheitsübersetzung wir schauen uns das nochmal genauer an 14 und 6 hier in Rot und ja da haben wir auch ältere Manuskripte also das ist definitiv nicht nicht da drin nicht zu finden hier auch nochmal eingerahmt 1. Korinther bis Epheser Brief gerne selbst zum Prüfen jetzt nicht alle Briefe bearbeitet weiter geht es mit dem Philippabrief hier gelb unterstrichen da geht es um eine Wortbedeutung Philippa 4 23 Philippa 4 23 hier also Wortbedeutung war ja blau und hier auch wieder die Dreierkonstellation da wurde der Spirit einfach mal zu all gemacht beziehungsweise da heißt es in der Schlachter die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen das heißt aber mit eurem Geiste genau ganz wichtig wir schauen uns den nochmal genauer an also es war ja Philippa 4 23 Philippa 4 23 die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist mit dem Geist Gottes ja und nicht mit euch allen sondern mit dem Geist also hier haben wir eine Wortveränderung finde ich schon auch wichtig definitiv dann Kolosserbrief Kolosser 1 4 da haben wir mal eine Wegnahme Kolosser 1 4 Kolosser 1 4 ja hier you all are having da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen also da fehlt dieses die ihr die ihr zu allen Heiligen habt also es müsste dann hier rein hier quasi da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe die ihr zu allen Heiligen okay schauen wir uns nochmal an das war Kolosser 1 4 Kolosser 1 Kolosser 1 4 und das sehen wir hier auch denn wir haben von eurem Glauben an Christus Jesus gehört und von der Liebe die ihr zu allen Heiligen habt die ihr die ihr die ihr und da fehlt es genau ja und die anderen Sachen die habe ich ja schon im anderen Video besprochen durch sein Blut genau ja jetzt wird es gelb und ich denke persönlich im Kolosserbrief da wurde ja einiges gemacht also wir haben Kolosser 2 2 das haben wir auch schon oben besprochen diese ja schon starke Wortveränderung meines Erachtens die haben wir ja da oben ich mache nochmal kurz hoch hier na wo war es hier des Vaters und haben wir ja schon angesprochen gehabt genau und dann machen wir mal weiter mit Kolosser 3 1 Hinzufügung plus Wortbedeutung 325 nach Christus Gott wird zu Christus geändert also Kolosser 3 1 Kolosser 3 1 also hier sehen wir auch alles grün und die älteren Manuskripte die haben das nicht und dann sieht man trotzdem hier auch Änderungen und ja wir schauen uns den Kolosser 3 1 einfach nochmal genauer an Kolosser 3 1 wo es heißt wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid so sucht das was droben ist wo der Christus ist sitzend zur rechten Gottes okay das hat die Elberfelder das hat die Einheitsübersetzung das hat die Menge Bibel das haben die alle drin bin ich persönlich kann sich ja jeder selber Gedanken machen aber ich bin damit überhaupt nicht vereinverstanden aber macht euch selbst Gedanken ähm genau ich finde es spannend diese Veränderung hier einmal ja also 325 nochmal der Hinweis Konzil von Izea um was ging es da Thema Gottheit Christi okay es heißt eigentlich Messiah oder Christus mal genauer nachschauen es geht um Christus Christus und und ja genau also hier wurde zu Gott verändert ich möchte nochmal erinnern deswegen mache ich jetzt einfach nochmal kurz hoch um was ging es im Konzil von Izea Christologie es ging um die Gottheit Christi das waren die Themen und das war 325 nach Christus und hier wurde ja hier wurde es zu Gott geändert anscheinend oder es hieß davor schon Gott aber ich traue dem Vers sowieso nicht ganz so über den Weg bin ich also ich persönlich ja aber danach hieß es anscheinend Christus davor Gott hm kann man sich ähm selbst Gedanken machen ich persönlich denke halt weil es da um die Gottheit Christi geht und deswegen haben sie es halt so beschlossen irgendwie aber ja wie gesagt in älteren Manuskripten hm nichts zu finden genau da ist ein bisschen zu weit Römer Kolosser hier genau das ist diese Hinzufügung und Wortbedeutung Hinzufügung in dem Sinne weil es eben in älteren Manuskripten äh nicht ist und die Wortbedeutung in Bezug auf ähm Gott und Christus dieser Wechsel Kolosser 313 Wortbedeutung Kolosser 313 Kolosser 313 ja also hier wieder Wortbedeutung hier wird es blau ähm Kolosser 313 wo es in der Schlacht da heißt äh ertragt einander und vergebt einander wenn einer gegen den anderen zu klagen hat gleich wie Christus euch vergeben hat so auch ihr hier steht Herr hier steht Herr hier steht Herr hier steht Christus genau also wir sehen hier wieder 325,3,60 Gott ja 325,3,60 dann doch Christus also ne also dieser Wechsel hier Gott hier Christus dann hier 375 das ist Konstantinopel Christus und hier die 3 Konstellationen hat man sich für Christus entschieden obwohl es Kyrios heißen müsste Herr Kyrios Herr und so wurde es auch von den anderen übersetzt aber die Schlachter hat da wieder einen anderen äh Weg eingeschlagen dann haben wir hier Kolosser 3,15 also nur zwei Verse weiter dann machen wir einfach mal kurz runter dann sind wir hier und der Friede Gottes regiere in euren Herzen zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar zwei Verse weiter hier okay also hier hat die Schlachter auf Gott übersetzt okay womöglich wieder in Richtung ihr könnt es euch vielleicht schon denken Trinität weil hier heißt es die ganze Zeit Messias und hier heißt es dann Gott und wir vergleichen und der Friede des Christus des Christi äh Christus Christi Friede Gottes ja Dreier Konstellation Schlachter Kolosser 3,16 Vorsicht okay das ist ein ganz spezieller Vers ich denke der wird jetzt noch ein bisschen Zeit beanspruchen aber wir schauen uns den mal an ein Vers weiter und ja ihr könnt es vielleicht erahnen also da ist schon ein bisschen was auch nochmal vielleicht zur Erklärung diese braunen Kästchen wenn wenn es blau ist ist ja Wortbedeulung und die braunen Kästchen daneben dem Wort bedeuten dass da was geändert worden ist ja also hier zum Beispiel wenn du dann aufs braune Kästchen klickst dann siehst du hier Lord oder auf Lord und ich glaube oben müsste es Christus heißen schauen wir gleich nochmal ja dann hier auf Gott also ganz wirr dieser Vers ähm da heißt es lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesänge und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen also Punkt 1 325 nach Christus Herr ab 375 499 nach Christus wurde es zu Gott also hier nochmal der Hinweis auf die Konzile kann sein muss nicht sein aber ich persönlich würde es mit den Konzilen in Verbindung bringen übernommen wurde am Ende Christus in Klammern Messias ja also auch nochmal selbstständig prüfen aber hier wie ich es gerade schon gesagt habe hier hieß es Herr und dann wurde es zu Gott und ja hier Konstantinople im Auge behalten dann Punkt 2 175 bis 224 nach Christus spricht von in euch wohnen das ist auch eine spannende Stelle das ist dieses genau dieses let me dwelling in das fand ich interessant aber das möchte ich trotzdem teilen ja zwei verschiedene Strong Nummern einmal die 3611 und einmal die Strong Nummer let me dwelling in mit 1774 ähnlich enuikeo und einmal oikeo griechische Wörter ich habe es hier nochmal übersetzt was es bedeutet also dieses oikeo das was in den älteren Schriften verwendet worden ist hier 175 bis 224 ja das ist auch das einzigste was hier benutzt worden ist und dem stimme ich zu also wie es hier übersetzt worden ist in der älteren Abschrift warum ich möchte es euch erklären da heißt es Wort quasi bewohnen verweilen also Verwendung für ich bewohne wohnen bewohne um was geht es es geht um das Wort ja wir haben es ja hier Moment hier haben wir es noch gar nicht geändert es geht um lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen und dieses Wort des Christus ist meines Erachtens ja geistlich zu sehen okay also dieses Wort bewohnt uns ja wenn wir von Geister neu gezeugt sind dann bewohnt uns der Geist Christi das Wort das ist in uns so und dieses andere Oikeo das was dann in den anderen Übersetzungen benutzt worden ist das bezieht sich meines Erachtens mehr um etwas Physisches ja also um ein Haus zum Beispiel Definition davon ist zu Hause wohnen ich wohne bin sesshaft stationär erfüllt ich wohne ein also ich denke persönlich dieses Oikeo müsste Oikeo gewesen sein oder ähm müssen wir mal kurz gucken ne Enoikeo ja dieses Enoikeo bezieht sich mehr so auf etwas Physisches wenn ich in ein Haus einziehe aber wenn das Wort in uns einzieht dann ist es mehr so meines Erachtens passt da mehr ich bewohne oder wohne oder verweile ja aber gut das ist jetzt da kann man sich in Anführungsstrichen darüber streiten ich finde da würde tatsächlich diese Übersetzung besser passen diese 3 6 11 Oikeo passt da besser ähm dann ja hier geht es weiter ne also hier habe ich es nochmal geschrieben bei der Wortbedeutung kann man sich streiten aber ich würde eher zu den Elternschriften tendieren da diese mehr nach geistlicher Behausung anhört für den Geist Gottes beziehungsweise das Wort die zweite Bedeutung bezieht sich womöglich mehr auf einen Einzug beziehungsweise wohnen in einem physischen Haus in einem einem physischen Haus Punkt 3 eine erneute Vermischung zwischen Herr und Gott wir wissen Christus ist Herr und Gott ist Gott unser Vater also diese Vermischung muss man auch aufpassen ähm zu den Versen komme ich gleich noch ähm genau am Ende hier ne hier haben wir Gott to God es wurde auch übernommen aber hier bei der Schlacht da wurde dann einfach Gott zu Herr gemacht und warum sollte man das vor allem jetzt im Neuen Testament nicht mehr vermischen ganz einfach aus dem Grund weil Gott ist Gott und der Herr ist Herr weil in 1. Korinther 8 6 heißt es so gibt es für uns Christen nur einen Gott nämlich den Vater von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und nur einen Herr nämlich Jesus Christus durch den alle Dinge geworden sind und wir durch ihn auch nochmal wichtig durch den alle Dinge geworden sind Apostelgeschichte 2 36 so möge denn das ganze Haus Israel mit Sicherheit erkennen dass Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht hat okay also der Herr ist der Herr Jesus Christus und Gott ist Gott unser Vater wichtig und ganz schlimm ist es dann wenn da vermischt wird und das sehen wir in Kolosser 3 16 in der Schlachter ja da heißt es Psalmenloblieder und geistliche Lieder singt Gott singt Gott singt Gott singet Gott und hier heißt es dem Herrn warum ist es so so wichtig weil es sich dann hier darauf bezieht dass wir zu Jesus singen sollten womöglich also also wenn hier steht geistliche Lieder dem Herrn wenn Jesus Herr ist dann geht ja dieser Lobpreis nicht an den Vater sondern an den Sohn und das ist in dem Sinne eigentlich verkehrt denn wir sollen ja auch beten in Jesu Namen zu Gott unserem Vater in Jesu Namen so dann 1. Thessalonicher müssten alles Hinzufügungen sein na hier eine Wegnahme kann man auch nochmal selber prüfen 2. Thessalonicher Hinzufügungen und ja einfach wie gesagt auf Stopp machen und selber nochmal prüfen ganz wichtig sollten eigentlich alles überwiegend Hinzufügungen sein in der Schlachter 1. Timotheus genau da haben wir ja den 1. Timotheus 3.16 schon besprochen aber ich denke persönlich ja dass da schon jetzt einige Beispiele genannt worden sind es ist alles unterstrichen das könnt ihr alles da nochmal selber prüfen ich will das Video jetzt eigentlich auch nicht zu lange machen hier vielleicht nochmal ganz wichtig 1. Timotheus 6.19 da geht es um eine Wortbedeutung geht es um eine Wortbedeutung ich schaue mal nach St. Timotheus 6.19 müsste es gewesen sein 6.19 1. Tim 6.9 6.19 genau also hier dieses really und eternal es sind zwei verschiedene Wörter halt also ja die Schlachter sagt damit sie das ewige Leben ergreifen und eigentlich heißt es indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln so sammeln sie sich einen Schatz als sichere Grundlage dadurch ein gutes Grundvermögen aber ewige Leben nee das steht da nicht da es wurde auch wieder hier 3 Konstellation findet sich in der Schlachter 2000 2. Timotheus haben wir auch wieder eine Hinzufügung was soll ich da geschrieben man beachtet das hin und her zwischen den Jahren der Konzilia also auch wieder interessant schauen wir mal hier 2. Timotheus 1.6 2. Timotheus 1.6 2. Timotheus 1.6 ja hier also hier wieder dieser Wechsel wie ich es gerade vorgelesen habe 3.75 ist ja so Konstantinopel of Christ erst also wenn man sagen möchte also 3.25 3.60 war ja Konzil von Izea da ging es um die Gottheit Christi da hieß es Gott dann Christus dann Gott und dann Allgemeingott und ja es heißt auch of God okay ja wir haben leider hier da keine früheren Abschriften oder Textzeugen ist immer schade weil aber ja spannend halt immer dieser dieser Wechsel genau dann hier wieder Verse ich mache vielleicht ein bisschen langsamer dass man auch auf Stop drücken kann und selber prüfen kann dann Titus Titus 1.4 Titus 1.4 naja hier auch nochmal ein End wurde zu Mercy also auch wieder hier diese Konstellation ich lese mal vor an Titus mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben Gnade Barmherzigkeit Friede sei mit dir von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus unserem Retter also geht es um dieses Wort Barmherzigkeit wie wir hier lesen können diese Barmherzigkeit wurde genau ist eine Wortbedeutung also eine Wortveränderung nicht hinzugefügt aber verändert Titus 1.4 da heißt es Barmherzigkeit und Glaube Gnade und Friede von Gott also diese Barmherzigkeit die naja die findet man da in den anderen Schriften oder anderen Übersetzungen nicht genau dann Philemon auch wieder eine Wortbedeutung wurde verändert Philemon 1.2 der kurze Philemonbrief ja die Schwester wurde zur Geliebten also die Geliebte ja also kann man sagen ja aber es ist ja nicht so schlimm naja Veränderung bleibt Veränderung irgendwo genau da heißt es und an die Geliebte Apia und die Schlachter müsste das zu Schwester gemacht haben die Geliebte also die Schlachter hat zu Geliebte gemacht und es müsste Schwester 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 heißen genau und genau wurde zu Geliebte geändert Hebräerbrief also wir sind eigentlich ziemlich am Ende genau jetzt noch der Hebräerbrief da möchte ich noch auf Hebräer 2.7 zu sprechen kommen und zum Hebräerbrief ersten Johannesbrief da habe ich ja schon ein Video gemacht nochmal zur Schlachter also kann man dann auch nochmal prüfen ist in der Playlist eigentlich erstellt Hebräer 2.7 du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände müsste die hinzufügen sein das habe ich noch ungefähr im Kopf 2.7 ja also ich habe auch ältere Handschriften hier nichts zu finden dann 3.25 fängt es an 3.25 und 3.75 also die beiden Konzile haben dann es weitergeführt und es wurde dann auch ja in die Schlachter aufgenommen und deswegen denke ich persönlich auch dass vor allem ja vor allem das Gedankengut von den Konzilen auch in die Schlachter übertragen worden ist das ist so meine Meinung dazu ne weil da auch die Trinität auch irgendwo entstanden ist natürlich 1. Johannesbrief 1. Johannes 2.7 Komma Johannem haben wir schon besprochen 1. Johannes 2.7 1. Johannes 2.7 Jesus spricht zu ihnen füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin ist es das nein 1. Johannes 2 au 1. Johannes 2.7 1. Johannes 2.7 from the beginning also von Anfang ist hinzugefügt das alte Gebot ist das Wort das ihr gehört habt das alte Gebot das ihr gehört von Anfang sollte im Zuge von Anfang zum Ende hin anhand diese Angriffe auf die Heilige Schrift wird mir bestätigt und mein Glaube gestärkt weil ich weiß was die Welt versucht zu verhindern dass die Wahrheit in seiner Fülle ans Licht kommt ich kann mit voller Überzeugung sagen dass unser Vater im Himmel von uns möchte dass wir nach der Wahrheit suchen und nicht dass wir alles ungeprüft hinnehmen die falschen Lehren sind zerstörerisch deswegen ist es so gefährlich wenn die wahre Speise angegriffen wird und es sollte auch klar sein dass mit der Zeit ein falsches Verständnis vermittelt wird also hier nochmal der Hinweis probiert einfach mal eine andere Übersetzung aus oder vergleich bestenfalls verschiedene Übersetzungen miteinander also dafür einfach mal den Bibelserver benutzen der ist echt echt gut mir persönlich hat es sehr geholfen geistlich zu wachsen ja und erst wo ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe habe ich auch bemerkt dass die Schlachter 2000 sehr unehrlich ist weil ich habe auch in dieser Schlachter 2000 eine Zeit lang gelesen aber wo ich das dann erfahren habe oder geprüft habe dann war die nicht mehr die erste Wahl ja also ich lese jetzt momentan Menge Bibel in der Menge Bibel sind auch wie gesagt ja verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten in Klammern finde ich ganz toll aber wie ihr gesehen habt es gibt da kein in Anführungsstrichen perfekt ja weil da irgendwie ja hier und da rumgewerkt worden ist aber wichtig ist eben zu begreifen dass Jesus Christus der wahre gezeugte Sohn Gottes ist und das ist auch das Zeugnis dem wir von Herzen glauben sollten genau ich habe zum Abschluss nochmal Epheser 4 13 was ein ganz ganz wichtiger Vers meines Erachtens ist da heißt es bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen zur vollkommenen Mannesreife zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi ja also erfüllt sein vom Geiste Gottes vom Geiste Christi ja und in diesem Sinne hoffe ich auf jeden Fall ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas Erkenntnis dazu schenken und wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen prüft alles prüft prüft alles das Gute behaltet und ja nährt euch vom Wort laut Matthäus 4 4 und so Gott will bis zum nächsten Video euer Christian ciao bis zum nächsten Video 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 bis zum nächsten Video